Herzlich willkommen bei Centristation CRM. Wenn Sie bei Ihren Personen und Firmen Profilbilder hinterlegen möchten, also die hier so links angezeigt werden, dann geht das ganz einfach, indem Sie das machen, während Sie die Person oder die Firma anlegen oder eben auch nachträglich, wenn Sie sie bearbeiten. Im Grunde sind das nur wenige Klicks. Ich nehme hier einfach mal den ersten, den Herrn Abendrot, der hat noch kein Profilbild. Ich klicke mir den an, gehe rechts oben auf Person bearbeiten und habe dann hier auf der linken Seite dieses Avatar-Bildchen und Bild hinzufügen. Da kann ich irgendwo draufklicken und dann hier eine Datei auswählen. Ich wähle jetzt mal hier diese kleine Sonne, diese Datei. Und ich könnte das jetzt einfach schließen oder ich mache an der Stelle weiter und bearbeite die Person und trage vielleicht noch weitere Daten ein und klicke auf Speichern. Dann ist diese Person im nächsten Schritt bearbeitet, hat also ihr Profilbild. Bei der Größe des Bildes reicht es übrigens, hier habe ich jetzt ein ziemlich großes Bild hinterlegt, einfach mal um das zu zeigen. Da reicht es ein kleines Bild zu hinterlegen, also beispielsweise 150x150 Pixel reicht völlig. Wir speichern das Bild aber in der Gesamtauflösung dahinter. Das heißt also, wenn es Ihnen wichtig ist, dass man das Bild auch in groß sieht, dann können Sie das groß abspeichern. Wenn ich jetzt hier draufklicke, kriege ich das in einer riesigen Auflösung gezeigt. Wenn Sie nur ein kleines hinterlegen und weil es Ihnen reicht, in der Regel das so klein darzustellen, dann nehmen Sie einem wirklich einfach nur ein kleines Bild, weil das einfach Speicherplatz spart. Grundsätzlich ist es sinnvoll, quadratische oder leicht hochkant Bilder zu wählen, weil die einfach vom Format her besser passen. Wenn Sie zum Beispiel bei Firmen ein Logo wählen, was ganz lang und quer ist, dann können Sie sich das vorstellen, wenn wir das da komplett reinpacken wollen, dann wäre das nur noch so ein Pixel hoch und im Grunde nur noch eine dünne Linie und dementsprechend schneiden wir das dann irgendwo, aber das passt dann selten. Also da muss man sich einfach für eins entscheiden. Will man es quasi ganz drin haben, dann ist es ganz dünn oder will man es ausfüllend haben, dann ist es wahrscheinlich geschnitten. Insofern, Sie tun sich einen Gefallen damit, wenn Sie einfach grundsätzlich sich grob an quadratischen Logos oder Profilbildern orientieren. Und sollten Sie dieses Bild nicht mehr wollen, gehen Sie im Grunde einfach wieder denselben Weg. Sie gehen über Personen bearbeiten und klicken entweder hier auf Bild entfernen oder speichern ein neues Bild einfach oben drüber. Das war es im Grunde auch schon, insofern viel Spaß mit den Profilbildern bei Central Station CRM. Viel Spaß mit Central Station CRM und den weiteren Videos. Das war es im Grunde auch schon, insofern sehen Sie auf die